Hallöchen Leute! Wir sind hier in dem wunderschönen Watumi. Wir sitzen am Hafen und das ist der Cha-Cha Tau. Er baut zu Ehren des Getränks, des Schnaps, das hier gebraucht wird. Aus Weintraubresten und halt mit Läpfe und Bieren und alles was dazugehört. Hier im Hofsaison, im Sommer, der Tau. Der Tauer wurde natürlich zu Ehren des Schnaps gebaut. Das muss man sich vorstellen. Ich glaube, nirgendwo hatten Wodka oder Schnaps einen eigenen Tauer. Da jetzt aber keiner da ist, habe ich mir die Verkostung ja selber gemacht. Ja, herrlich. Ist natürlich warmer ein bisschen, aber der Schnaps schmeckt super. Nationalgetränk hier. Trinkt jeder. Muss man halt immer bringen. Auf geht's! Weiter in die Suche! die ganze Zeit! Stopp! Junge, Junge, Junge!